Hallo und herzlich willkommen zu der Vision mit dem Gelem. Wir haben eigentlich hier in der Beta alles durchgezockt was geht und ja wir haben, ich mein waffentechnisch, wir sind schon blaue, 416 habe ich, eine SCAR habe ich in lila, na gut, nebenhand Waffe, ich weiß nicht, glaube ich 1911 war, aber die ist, ja waren ja nur, was war das eigentlich, 1000, 2000, ne egal, viel zu viel. Ich habe 5 Minuten und 10 Minuten länger, ich spiele wie du und habe gerade mal 600 gehabt. Ist logisch. Was, F-Genten festlegen zum... Na mach mal. Schwierigkeitsgrad, normal, nee, was wollen wir denn? Ja, wenn schon, wenn schon soll was abgehen, oder? Ja, schwer. So, schwer habe ich es gemacht. Ah. Äh, warte, warte, warte. Wiederholen, wo kann ich auf Wiederholen drücken? Tja. Achso, jetzt. Was abwägen. Dazu muss man sagen, das ist die allererste Mission, die du kriegst, da musst du nämlich die Ärzte empfinden, die dann da in der Poststation. Genau. Dann würde man sagen, dann ist die Lieber um, da hinten in den Untergrund sieht man sie, äh, um das alles auszubauen. Aber es ist halt, wie viel mehr geht nicht. Ja, aber es ist trotzdem schon geil. Ey, mach ich denn da. Das ist wahr. Agenten finden, so, Schwierigkeitsgrad, aber wo kann ich jetzt wiederholen? Da oben. Hallo? Einsatzstufe 4. Einsatzbereit. Nee, ich will nicht, kann ich den Spieler besuchen. Eigentlich will ich rein. Muss man ja mehr oder sein, nee, ne? Achso, sag doch. Aua. Für unsere medizinische Abteilung. Danke. Ist so geil. Steht da vor der Bombe und da ist so geil. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Du kannst deinen Geleitschutz mal an die Füße fassen. Okay. Oh, da kommen sie, die Bösen. Oh, ich stehe falsch. Hey, lass dich ducken. Hey, lass dich jetzt. Bam. Alter, ist das laut. Oh, ich stehe falsch. roast. Is das laut? Opsi! Upsi, nachladen. Komm raus, du Penner. Was? Was ist jetzt unerwünscht? Pausierer und Politiker unerwünscht. Geht's wieder los? Ja, oben auf der Brücke. Äh, an der Treppe. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Nachladen Waffen Nummer eins. Nachladen Waffen Nummer zwei. Ja, wenn schon denn schon, ne? Was haben wir denn da ein schönes? Oh, einen brauche ich nicht. Verkaufen. Oh, einen nicht. Haben wir noch mehr? Ne, gut. Oh, Fernseher. Ich kittere mal rum. Ich hau mal mit dem Kopf auf die Tastatur, ja? Ja. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Du bist drin. Alter, guck mal. Die Server, genau wie bei uns zu Hause. Alter, das ist laut. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Häuah! Muni, 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 Muni. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Ja, liebe Leutchen, da ist ne Menge Spielspaß dabei. Da sind jede Menge von den Typen. Aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Ab und Miene schmeißen? Wie wir jetzt mal komplett den Forest vergessen haben, ne? Ja, gut, das Wochenende ist jetzt eigentlich nur das Spiel hier gewesen. Und nach angeblichen Schwierigkeiten des Ladens, was ein bisschen sehr kriminell war. Ja. Na, na, nie. Ja, das war ein bisschen eklig. Ich konnte komischerweise den nicht runterladen. Da ist der Launcher von UU Play immer abgekackt. Ich hab keine Ahnung warum. Aber umso geiler ist das Spiel. Wieso ist eigentlich meine Bombe hoch hier? Wieso ist eigentlich meine Bombe hoch hier? Geht dirOOK das Freund? Ja? Es geht um an! Es geht um an! Es geht um an! Na, geht's nicht locker! Es geht um an die Zwiebeln. Es geht um an die Zwiebeln. In der Hand, nicht mehr, es geht um an die Zwiebeln. Komm raus, die Spassen. BAM! Na, der wird aber nicht so toll. Nein, das war nicht so toll. Alter! Tarno! Weitere Fände entdeckt! Ein bisschen schwer vorher! Ja, man kann das hier voll spezialisieren! Ja, ich muss kein Wachung! Wie schmeckt ihr das, du Schwasten? Alter, ist das laut! Ich muss gleich mal in die Einstellung... Ich geh jetzt mal in die Einstellung, kann ich das? Baller, du ruhig weiter! Ich muss mal kurz die Audio, das ist so laut! Alter, das ist zu laut, das glaubst du gar nicht! So, dann erstmal Munition nachfassen, weil doch ein bisschen Munition euch dagegen geflogen ist! Ja, so ein, zwei Kugeln habe ich auch geschossen! Ich habe nur 560 Schuss mal geschossen! Zum Glück findet man überall so eine Kistenemission, weil sonst wäre die Munition natürlich razi-fazi leer hier! Haha, war richtig! So! Hunnick Poom! Können wir noch sagen? Wie ihr seht, geile Grafik! Die Grafik ist der Hammer, ey! Ah, schön! Madison Square Garden! Da war ich schon mal geilem, aber es sah ein bisschen anders aus! Ja! World Wrestling Federation! Ey, damals hieß das ja so! Heute heißt das ja Entertainment! Aufzug! Wir haben ihn nicht verwüstet! Entschuldigung! Ich hab gar nicht geschossen! Ich war das nicht! Nee, nee, nee! Hm, Red Bull! Ach ja, ich weiß schon! Wir sind da hinten! Ja! Hast du eigentlich auch einen Sniper mäßig? Nee, ne? Nein! Ich weiß nicht! Ich hab' wie du weißt! Gut, dann setz dich mal! Sehr auffällig! Oh oh! Ihr Ziel war gar nicht schon genau, mein Freund! Kann ich hier nicht hoch? Das ist natürlich schlecht! Alter! Die Spalade war auch schon! Alter! Die Spalade war auch schon! Ups! Das ist natürlich logisch, hier in deine Grafstelle zu verstecken, weil man schon da gar nicht drauf hat! Wir kriegen Besuch! Noch mehr! Wow! Scheiße! Okay! Ich will mal ne Sekunde zu langsam! Alter! Ja, es ist schwer, muss ich ruhig jetzt richtig so sein. Aber richtig! Na? Wie sieht's aus? Man, die haben so früher was gemacht? Ja. Genau. Ich frage mich, ich mach mal neusten Elber. Ah, oder auch nicht. Oben ist der Ohr? Ah, ein Weihnachtsmann! Warte mal. Der Weihnachtsmann hat irgendwas verloren. Naja, ich hab auf seine Eier geschossen. Auf seine Cojones. Hey Baby! Das sieht aber scheiße aus. Was? Heißt du Kimi such? Ja sicher. Oh oh! Oh 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 oh! Ja! Und was ich denken? Oh 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 was? Ja ich bin tot. Warte mal drauf! Greue erstmal Club! Wie weit aus. Wie weit aus. themed Auto noch nucle nesten auch hier? Und ich ging so etwas ryfendim passiert. Aber sie swatch mir lassen würde dann richtig Equal peppere gesagt. und das ist toxicity. Das ist... ilesst das im tue convincing? Und wer Online istumu jetzt online für parteinkarn? warte auf wiederbelebung alter was das ist doofer es ging einfach zu leicht und dann haben wir einfach drauf gehauen ja übernommen dich habe ich die frau den schaden klein ab wo bin ich wo bin ich wo bin ich die eskorte wird vom dach aus unter feuer genommen sie kann erst weiter wenn sie da hoch gehen und den schützen ausschalten ach hei graue säug, graue säug, scheiße ja wir haben schon blaues und linienes und ja heimwasser voll geil wie geil wie geil na also mir gefällt das wirklich gut pvp gebiet ist auch irgendwie geil das ist das aber was das alles original treu nachgemacht ist dann wissen wir ganz genau wo wir naja sache unterschmeißen können wenn wir mal irgendwie ein ein wrestling match anschauen oder so ein gegner gewinnt den wir nicht mögen oder boxkampf genau das wäre die keine idee hier live im mannest für der garden bumm oh kopfschmerzen alpha escorte wir haben einen agenten auf dem dach hat candle es zu ihnen geschafft bestätigt sie und ihr staff sind gerade eingetroffen sobald das dach feintreil bringt wo ist moni hier ist moni alles voll danke ach du scheiße warte mal was ich schieße auf den arsch ja fuck oh danke ah trägengas ich sehe nichts mehr an uhi ich kriege keinen besuch Da ist jemand Sau auf mich Ja so eine Anti-Nagwappenwache ist auch schon gar nicht Die hat was ne? Ja Weitere Feinde im Anmarsch 2000 alter das war ich hatte ja 2500 ergriffen 2 7er Crit Hauptmacker ist tot 3000 crit boah Also die Sniper die ist der Wahnsinn Ist die jetzt lila komplett oder musst du noch lila Zeug einbauen? Nein nein ich muss noch lila Zeug reinpacken aber ich habe haufenweise blaues Zeug drin Ah ok Also da vorne liegt was blaues Ja Was haben wir hier Muni 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 M44 Karabiner Ich habe schwere Handschuhe und doppel laufige Schruffelhinte Pervers Ja Ungefähr eine Milliarde Klamotten findet man hier Kann ich jedenfalls Ja ich habe mich auf eine coole Schienhose mit einer schönen blauen Jacke entschieden Wusstest du eigentlich dass man schon eine Division Jacke kaufen kann? Alleine genau so wie die auch hier aussieht oder wie die in dem Ne Warte ich zeig die mal Die habe ich im Mittag gesehen Die hier Die kannst du bitte halt kaufen Die ich jetzt an Die ich anhabe die kannst du kaufen 129 Dollar Ja Na gut Dollar ne 128 Euro oder 127 Euro so grob Ne nicht mal weniger noch Der Preis ist gerade 1 Dollar 08 oder sowas oder? Echt das letzte Mal wo ich geschaut habe war ein paar Monate Aber weißt ja das sind ja alles so Verbrecher ne Das wäre ja böse ins Auge gegangen oder? Ja ich glaube auch Ich häng mich mal auf nur an deinem Seil ja? Ey über diese sexuellen Dinger ey Kommt da noch was ich weiß gar nicht Ey wir haben es beendet Ist der Hilfe nach gefüllt? Ach siehste das wäre ja gut gewesen weil ich hab nur noch 2 Stück Ich auch nur 2 aber ich hab 2 zu viel verbraucht zwischendurch Egal Egal Mit 2 Koppelklappen Da 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 Der Vorteil von der Bitter ist halt noch oder Nachteil oder wie eben Man kann halt nur 2 Fähigkeiten freischalten und darunter ist halt Medizin und Ja kann ich eh kriegen Du kannst kurz Nein ich hab auch hier Medizinieres gemacht weil Weiß nicht ich war ja gestern bis nachts äh was heißt morgens um 8.30 Uhr noch unterwegs hier Ach so? Das ist halt Und ich hab die ganze Zeit gewundert wieso nur die Kohle zusammengebuselt hast Wann sind wir ins Bett gegangen oder bist du ins Bett gegangen? Ähm Halb 5 3,5 Dann bin ich nur kurz gedacht weißt du was gehst du wieder rein Gehst du aber wieder rein Geh den brauchst du dafür nicht Und dann hab ich äh Und dann hab ich äh Und dann hab ich äh Die hab ich äh Aber mir nachher erzählen jaaa auf dem Geld auf dem Geld Und ich wundere mich Ja ich hab mich oben ein bisschen versteckt und ähm Naja Jeder Rote der hat nen Kopfschluss gekriegt und dann Ne Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Alter ich geb dir was hier zu trinken und dann ist der einfach abgehauen und mir was zu geben Scheiß Ratte Ja das ist natürlich auch cool die Grafik wie man sieht ist geil Ratten, Vögel Frauen Und sonstige Tiere Hahahaha Alter Das war jetzt fies Und was ich wirklich ganz geil fand die Viber GTA Haha Ach der ist schon platt Scheiße Ich brauch ein Polizeiauto oder sonstiges wird Reifen heil So hat der noch heile Reifen? Ne alles schon platt hier Sauerst heil Dann kann man ja kein Reifen zerschießen hier Aber irgendwie finde ich nur Dinger die schon kaputt sind Ah hier Alles kaputt machen Du fährst nirgends rum mehr hin Aber nachher das Aussehen kann man nachher noch besser ändern Aber jetzt ist natürlich Beta ist ja klar Das ist normal Achter März Achter März Vorbestellt ist es Ich bin überlegen Ob ich gerne das Spiel kaufe Er mir das Geld wiedergibt Weil ich möchte gerne die blöde Uhr haben Hahaha Die Uhr die man hier hat die leuchtet auch so Die kann man aber das ist halt die am Stage Agent Äh Keine Ahnung wie das Ding heißt Kostet 139 Euro Das ist ein bisschen hart Wahrscheinlich Ich weiß nicht Andererseits Man weiß es nicht Nachher ist das Ding so schnell leer Die Batterie Dann weiß man es auch nicht Hier fliegen Kugeln durch die Gegend Kann gar nicht sein Aua Meine schicke Jeans Bist du denn Einzig Supporter ist Du kannst deinen eigenen Typ Miriam schießen Ja äh Ja wenn du natürlich Jetzt mit freundlichen Spielern unterwegs bist In PvP Das haben wir auch schon gehabt Ich stehe, schieße Einer rett mich vor die Flinte Und schon bin ich der Böse Ja das ist natürlich schlecht Aber im Gegensatz War das eigentlich ganz cool Weil zuvor waren wir drin Das erste Mal drin Da wurden wir die erste Zeit nur abgesägt Ja aber nur weil sie ein Vierer Team zusammengesetzt hat Und gleich uns einmal vorne Am Eingang abgepasst hat Und wir gleich Flacke gekriegt haben Ja das war ein bisschen Scheiße Aber so? Du trägst also einen dicken Ballermann Und einen AK Okay Ja Du brauchst aber einen dicken Ballermann Gelle Einen längeren Guckst du Wollen wir werden nicht? Okay Na ja Könnte sich um Millimeter handeln Was? Millimeter? Ist so doof ey Ist so doof Hi Komma Ihr brennt wo der Helm alter Wolltest du auch dein Innenleben zeigen? Eigentlich können wir kurz reinlaufen Ja Munition nachfassen Und wie auch viele gelesen haben Hier Jeder hat nur die eigene Base Du kannst trotzdem reinlaufen Aber es Man sieht es Gelem ist noch draußen Wenn er reinläuft Ist er wäsch 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 Flup Weg ist er Hier sieht man was man alles her Also hier hast du medizinische Flügel Technische Flügel Sicherheitsflügel Die kann man das Spiel alle ausbauen Ähm In der Beta kann man nur medizinische Flügel War doch richtig oder? Ja Und das 20% nur Ja Also ich würde ja ganz Unbedingt gewissen Wie man Hier ist zum Beispiel die Modifikation Aber Ich würde gewissen mal Ich habe Leute gesehen Die hatten schon farbige Oh Es gibt neue Sachen Was gibt es denn schönes? Karabiner Express Ne brauche ich nicht Alter ich habe schon mehr 3300 Wo habe ich das ganze Geld her? Alter Hier kann man sich halt ein bisschen ausrüsten Ja und komischerweise ändert sich das auch alle paar Minuten Äh Gelem Wo habe ich die Die Wo habe ich die M870 Militärschrubbinde mitgenommen? Keine Ahnung Alter Das ist doch Wahnsinn Ja leider Es hat Beta Alter Das hat Laut Hier drinnen Hier ist die Schwester Die wir gerettet haben Hallo Baby Doch Klar Ich bin geil Äh ich meine Ich bin Hallo Äh vergiss es Das muss ich raus schneiden Hahaha Wie gesagt Da sind wir Ne da war ich noch nicht so Man kann halt alles ein bisschen aufbauen Belohnungshändler Was ist eigentlich Belohnungshändler? Kann das vielleicht sein, dass man das beim Belohnungshändler kriegen kann? Obwohl der Ich weiß nicht, der steht hier ja schon, aber man kriegt da nichts da Keine Ahnung Vielleicht haben wir es irgendwo gefunden Ich habe keine Ahnung Weil die hat nur verschiedene Farben Das macht mich so ein bisschen stutzig Verschiedenfarbige Waffen I don't know Naja gut ähm Ich laufe wieder raus und mach dann Schluss mit der Aufnahme weil ähm Das dauert noch zu lang Munition 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 Danke Bad killer I'm a bad killer Ne, das Spiel wird richtig geil Ich kann mir vorstellen, dass wir nach 14 Jahren 4.322 Erfolgen schon gedreht haben Hahaha Nein, das wird geil Einfach so geil So Damit sage ich dann einfach mal Tschau bis zum nächsten Mal Ja tschau 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 Vielen Dank.